Hallo, herzlich, ich bin Multi, ich bin der Handschuhmann, ich bin der Handschuhmann, ich bin der Handschuhmann, ich bin der Handschuhmann, worauf? Ja, du sagtest hallo und ich sagte und herzlich, also du meinst Winnie wäre dran gewesen oder ich? Ja, eigentlich ja. Willkommen. Zu spät. So, war das Eisen? Wir haben ja nicht gerade so viel Eisen hier im Dings. Muss ich wieder Farmen gehen oder was? Also, könnten wir vielleicht mal brauchen, vielleicht ist es ja noch Erze in den Kisten, wer weiß. Oder wir nehmen nether iron, obwohl ich keine Bär will schon nether. Iron haben wir doch. Hallorium ist ein gutes Rum. Gut, dann pass mal ob. Ich hab die Dinger. Jetzt muss ich das wieder neu machen. Denn, meine lieben Freunde, heute geht das darum. Hier, diese Zeug, lässt du das bitte? Obwohl, nee, erstmal mach ich ja jetzt, dann kann ich ja jetzt doch das Dings machen für Bio. Dann mach ich das jetzt mal. Dann können wir ja jetzt endlich auch Eichenholz zum Beispiel reinpacken, wa? Ey, wir haben echt alles, aber keine Postpanzer. Hä, wo stelle ich das denn mal hin hier, ne? Ich mach das mal hier erstmal daneben, dann müssen wir später gucken. Ähm, ich kann eine, ähm, eine ender chest craften. Sag mal, war das nicht früher? Wo soll die hin? So sortiert, dass man... Wo soll die ender chest hin? Ender chest? Wir haben ne ender chest? Ihr habt ne ender chest. Okay. Ja. Obsidian hab ich geformt. Der war doch angesagt, dass wir den ender chest brauchen. Aha. Okay. Ich wusste nicht, dass es schnell geht. Und ich hab's dann gemacht. Achja, die Sachen bleiben ja eher in den Kisten drin. Na, ist das gut. Ähm, ich hatte das nämlich so gedacht, wenn wir nämlich unterwegs sind, machen nämlich alle ender backpacks. Und, ähm, wenn wir so viel Stuff im Inventar haben, Achtung, Multi, hinter dir sind zwei Zombies her. Ja, ich muss erstmal den Creeper hier. Das hat bei mir reinste Priorität. Das wurden nämlich ein Abkommenssystem machen, weißt du? Entschuldigung. Ey, es tut mir leid. Ja, das ist ne... Ich weiß, ich, ich kenne, ich weiß schon, ähm, das ist wirklich gut. Das ist, äh, Multi. Ne richtig tolle Methode. Das kann ich auch ans ME-System später anbringen. Später. Ja, was denn? Das sieht komisch aus mit dem Hut zusammen. Moment. Soll ich dir mal was sagen? Moment. 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 Da. Guck mal da. Was denn? Moment, ich hab den falschen Hut drauf. Ich wundere mich schon, was der von er will. So, da. Dein Finger an. Wo zeigst du drauf? Da, da, da. Im Himmel? Was? Was ist im Himmel? Da, da, da. Übrigens, unser Generatorchen generiert nicht mehr. Musst du Kohle reinstecken. Ja, was ist denn da? Da ist ein Creeper-Kopf, der in der Luft hängt, und? So, wie sieht das hier aus? Den mach ich mal wieder so. Äh, klappt der Ofen hier? Oder klappt das hier schon? Ist das ME-System, oder was? Ne, der Seared Ofen hier. Ja, kannst du wieder benutzen. Weil da ist verdammt viel Oak drin. Und Seared Bricks. Hm, und ich werd da jetzt mal ganz viel Zeugs, also ganz viel Zeugs nicht, aber ich werd da jetzt mal Zeugs mischen für den Bio. Fragt sich nur, was, was gebraucht für ein Dings. Ein Cleaver. Das ist ein Cleaver hier. Aua. Ich brauch ein Dings, eine Platte. Jetzt ist nur die Frage, worauf soll ich dir das machen? Also willst du das alles ganz aus Zeugs haben? Oder willst du Papier haben? Lieber ein bisschen mehr, für mehr Modifier? Ja, ja. Einmal Papier wär gut. Und was denkst du, du brauchst Papier? Mhm. Dann mach mal Papier noch hier. Dann mach ich noch mal hier, ähm... Wo haben wir die Tough Rods? Da haben wir die Tough Rods. Das waren doch Tough Rods, ne? Woran erkenn ich das hier? Mhm. Wollen wir ja. Ja, das sind Tough Rods. Mhm. Perfekt. Ich knick im Bett. Ja, ich nicht. Da ist ein Zombie. So, das hätten wir. Eine Tough Rod. Äh, dann mach ich dir eine Tough Rod auch aus, äh, Manilium, ne? Ich kann schlafen. Wer kommt da gerade hoch? Ja. Krackselt. Aber erstmal muss ich mal Manilium machen, hier. Ja. Ich weiß nicht nur, wie viel ich mach, ne? Auf jeden Fall brauchen wir schon mal... ...8 bedeutet... ...das hier und... ...das hier ergibt ja schon mal 8. Weil der Doppelte rauskommt hoffentlich bei dem Zeugs. So, pass mal auf, ich habe jetzt gleich... Achso, wir haben ja mal... ...Milium... ...da muss ich aber noch ein Ding... ...ne? Dann mach ich nochmal ne... ...oder haben wir was für ne Klingel. Voll wenig Fuß bekommen, ey. So. Das ist Kermit. Haben wir die Kermit? Der Frog. Das ist ne Large... Ach, guck mal, hier gibt's ja auch schon wieder Salzblöcke, ne? Und Wasser. Ja. Dann mach ich mal ne Cobblestone Large Blade. Du kriegst nur Cobblestone jetzt. Ach, nein. Ach, dann muss ich... ...haben wir doch... ...wir haben das... ...das Aluminium Brass doch rausgeholt, ne? Den hatten wir doch hier irgendwo... So, Aluminium, das ist... ...äh... ...irgendwo ne Kiss hab ich das gepackt, ja. ...Elektrum ist hier... ...da ist es. Aluminium... ...Bress. Fragt sich nur, wieviel. Ne, ich tu jetzt erst mal drei Ingels da rein. Ist gut. Ich hoffe, das reicht, das Aluminium Brass. Wieviel braucht man denn für eine... Ah, ein Ingelbrosse bloß für einen Case. Okay. Für einen Casing. Für einen Casing. So. Dann werde ich jetzt... ...einmal einen Vanillium Blade... ...machen hier. Eine Vanillium Blade. Ach, ich, Mann. Nämlich gerade, warum der Stein nicht kaputt geht. Mein Mausrad hat grad etwas rumgesponnen... ...und er hat gewechselt vom Hammer... ...auf die... ...heh, sauber sagen. Ich wollte nämlich wie lange gebrauchen... ...der scheiß Dings, ey. So, ne, ne, na. Das bedeutet, ich brauche mindestens vier Adert jetzt noch. Die haben wir nicht. Okay. Also... ...Osmium oder was? Äh, ne, nicht Osmium. Oder Kobalt. Einfach nur. Obsidian. Meinst du, das ist gut für eine Waffe? Haltbarkeit, ne? Ach so, brauche ich ja gar nicht. Ähm. Irgendwas Stabiles, was so auch Haltbarkeit hat... ...aber vielleicht auch ganz gut Damage macht. Ist Kobalt... Ne, Kobalt ist dafür dann nicht gut, oder? Ne. Boah, da fragst du mich nicht... ...und besorgt noch zwei... ...zwei Ardite und geht in die Hölle. Möchtet noch jemand Ardite suchen? In der Hölle? Binnie, möchtest du noch mal in die Hölle gehen? Ja, wo kann man das denn mal angucken, dass man da auch... Hm, ich denke nicht. ...dass man da auch ne Übersicht hat, irgendwie. Ah, ah, Zombie. Ah, 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 ah. Toll. Ein Egomane, ey. Tschüss. Mir gehen die Steine sowieso aus. Ne, ich will keinen Marble für... ...dass hab ich mich mit Sand hoch. Oh mein Gott, hier. Das ist ein Drecksack, ne? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich baue das jetzt von unten ab. Scheiße, jetzt ist auch noch meine Dings kaputt. Betriebe 10 hier. Noch ein Gast irgendwo, ich komm sofort. Hast du denn schon einen Toolcent gefunden? Ja, ich bring dir welchen mit. Ich hab ganz viel mit. Was soll denn das? Was ist denn da, du? Eierkopf. Aber danke, dass du mir hier ne sichere Trittstatte gebaut hast oder so. Dafür den Win der Woche. So, pass mal auf, ich lauf hier rüber. Vielleicht kann ich bei längeren Folgen einfach auch wieder ein, zwei blöde Passagen drausschneiden oder so, wo grad mal jemand nichts sagt oder so. Wie blödes Zeug sagt. Fängt der ja mit Flensmodsachen an, ey. Wer fängt mit Flensmodsachen an? Brauchst du uns nen Hubschrauber wieder an? Das kostet viel zu viel Eisen. Stimmt, da müssen wir momentan noch aufpassen mit so... Achso, dein Soulcent. Guck mal hier. 36. Kannst du damit machen, was du willst und den Rest behältst du. So, dann kriegt der nochmal ganz schön Manilium näher. Alter. Ich glaub das eigentlich der Blas für ihn ist. Übrigens, Finny, ich find dein Bild eigentlich ganz witzig im TS. Was ist das denn? Was ist das denn? Der weiß nicht mal, was er für ein Avatarbild hat, weißt du? Der ändert die so ständig. Manchmal ist es ekelhaft. Der T-Promo unterhüllt sich Mähdrascher. Achso. Der ist gut. Hey, weißt du was? Ich nehm mal den Nekrotik-Bone und nen Herz und mach mir mal Stärken. Nein, ich denke das ist wirklich schon ne gute Idee, wenn wir warten und das fair machen. Was denn? Was ist da jetzt hier mit dem Ofen? Achso, hast du den fertig? Ich weiß nicht. Der muss höher. Wie hoch? Warte, ich muss mal eben zwei Fackeln setzen. Also die Mittel muss frei und... Alter, du hattest ausgemacht, ne? Was hattest du ausgemacht? Der Dings hast du ausgemacht. Big Freeper-Monster. Mob Creeping. Achso, ja, stimmt. Das ist ja jetzt nicht mehr. Boah, ey, sonst hätten wir jeden nämlich uns gleich eine neue Schmiede bauen dürfen. Uiuiuiui. Mann, bin ich gut. Mann. Meiner. Der steht vor der Tür. Schrei nicht so, du. Wo ist er jetzt? Gut, dass ich so viele Blaze-Powder habe. Oh, hör doch mal auf, dich immer wegzutippen, du. Ulti. Habe ich echt gut gemacht. Denn, der Zombie springt in deinem Beet rum. Was? Komm mal gleich. So, Blast-Furnace ist fertig. Dann, äh, packe ich da mal ein bisschen, äh... Was muss man da eigentlich verbrennen? Hm? Verbrennen? Wie? Du musst da Eisen reinlegen und Koks. Ja, ich hab dein Standbild. Genau, Koks musst du da reinpacken. Koks! Ich hab grad ein Standbild. Ich hab grad ein Standbild. Ich hab übrigens auch noch ein bisschen Soulcent mitgebracht gehabt. Wie viel lege ich da rein? Ach, komm, pass mal auf, ich nehme Papier oder... Dem Muldi fehlt ja noch das Casing, das eine hier. Nö, hab... Ne, das... Äh, Barrengussform. Die hatte ich die ganze Zeit an den Fesche. Ach so. Das Ingotcast. Ja, gut. Ja, jetzt ist die Frage, ne. Mach ich das jetzt... Aus Papier? Mit den anderen Dings? Wenn's nicht reicht, muss ich doch noch ein Dia draufknallen. Aber ich... Hab ein gutes Gefühl da jetzt mal. Ne, warte, ich nehme mal hin. Na Spinne, wo bist du, ne? Komm runter. Schauen wir einfach mal, was da jetzt draus wird. Ach, guck mal. Der Kermit. Kermit. Guck mal hier. Noch was für dich. Mit der Essenszubereitung. Da brauchst du nicht mehr geben. Warum nicht? Du bist fürs Essen zuständig. Ja, aber... Kiste kann das besser. So, ich leuchte mal eben unser Haus aus, ne? Oh ja, bitte. So, jetzt bin ich aber gespannt. Dann wird das jetzt halt... Moment, Moment. Ich muss das jetzt mal fertig kriegen. Dann ist das halt etwas längere Folge. Ich schneide trotzdem klein bisschen raus. Ist nicht schlimm. Äh... Du hast noch ein bisschen Besuch hinter dir. Lass ihn da sein, den Besuch. Der geht auch wieder. Ja. So, das Haus dürfte jetzt komplett ausgeleuchtet sein, ja. So, Redstone war dat... War dat... War dat... Glas und Lid, oder war das einfach... Lid und ein Kupfer? Ja, Mensch, ich bin gut. Wär auch schön, Winnie, wenn du deinen Garten ausleuchten würdest, ne? Ja, mach mal. Mach mal. Hade nett. Zinn, Inva... Ja, mach mal. Ich hab doch ganz viel Inva gemacht, da. Oh. Ja, mach doch nicht... Achso, mach dir das nächste Mal kaputt. LOL. Hm? Der Creeper ist hier hinten explodiert. Hier. Und die Bühner haben Schaden gekriegt. Könnte sein, dass da unten jetzt ein paar Chicken Nuggets rumdümpeln. Yay. Nö, da ist auch ein Sklett drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Tade nicht da draufpasst. Achso, das ist da hinten. Macht er mir wieder x und Müll da, weißt du? Eigentlich. Ich mach dir keinen Müll. Ich mach dir das Beste von Besten hier. Mit Hardenet. Hardenet? Achso. Hardenet, hier. Okay. Ich wollt grad sagen, Winnie zieh dich mal aus, ich muss mal mit dir sprechen. Nur Upgrades musst du halt noch drauf tun, Schärfe und sowas. Musst du selber gucken, was zu dir da passt. Jaja. Und du musst es aufladen, sonst... Achja. Hier ist das Auflade-Ding, tust du dir einfach hier rein. Ja, ich hab direkt Hardenet gemacht. Das andere ist blöd. Hast du Blut rein gemacht? Ne, nicht ich. Das war das Hühnchen. Ich hab wieder Blut. Okay, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, das ist das Schwert auch mal fertig gekriegt. Und wir sehen uns. Bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.